Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu einem Guild Wars 4 Patch Notes Review Video, heute zum Patch vom 14. Mai 2019. Das war der War Eternal Patch. Ja, anders als bei den letzten Patch Notes Videos, die ich so gemacht habe, geht es diesmal nicht um einen Balance Patch, sondern um einen so gut wie reinen Content Patch. Zwar sind in den meisten Fällen so Balance Änderungen auch immer dabei, auch diesmal wieder, allerdings keine groß interessanten. Hauptsächlich wurde hier an PvP-Skills rumgewirkelt, es wurden Bugs gefixt und ein paar Fehler entfernt. Das hat aber größtenteils keinen so mega außergewöhnlichen Einfluss auf die PvE-Szene, mit der ich mich ja am meisten beschäftige. Und von daher können wir eigentlich die Bellings Änderungen wirklich weglassen diesmal und uns auf das andere Zeug konzentrieren. Ja, also eine neue Living-Story-Episode und sogar das Finale von der aktuellen Staffel. Das heißt, die Staffel ist jetzt damit, mit dieser Episode, komplett zu Ende. Ich habe die Story auch schon gespielt. Die ist ziemlich cool, also sie hat mir wirklich gut gefallen. Hat ja richtig, also sowohl die Missionen machen Spaß. Die sind eigentlich ganz cool. Die Episode ist nicht mega lang, also die hat man relativ schnell durch. Aber die Missionen machen wirklich Spaß und das Ende ist auch ziemlich cool. Und vor allem, ihr müsst mal, ich will nichts spoilern. Darum habe ich jetzt auch extra hier im Hintergrund nur so ein bisschen Hintergrundgeplänkel, weil ich euch halt von der neuen Map und sowas nichts spoilern will. Auch Arnet hat extra vorher nicht den Namen der neuen Map verraten, weil nämlich der Name auch ein kleiner Spoiler ist. Bisher gab es ja immer irgendwelche Trailer vor den Living-Story-Episoden, diesmal auch. Und da wurde halt immer angekündigt, was drin ist. Und diesmal wurde aber der Name der Map wirklich geheim gehalten. Darum mache ich das jetzt auch und auch, wie alles aussieht. Aber wenn ihr die Story spielt, ich empfehle euch, achtet mal ganz genau drauf, was der Endgegner aus der Episode, ich verrate auch nicht, wer es ist, aber der Endgegner aus der Episode, was der als allerallerletztes sagt, also sozusagen seine letzten Worte, was das, das fand ich wirklich interessant. Da habe ich erst gedacht, hä, habe ich mich da verhört? Heißt das jetzt irgendwas? Oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt bisher? Weil das ist wirklich was ganz Interessantes, was man bisher so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass da ja noch eventuell irgendwas sein kann. Und ich habe dann auch direkt online geguckt und auch auf Reddit ist das total vielen Leuten aufgefallen. Also das ist interessant, da müsst ihr mal drauf achten. Sonst, ja, die neue Map, die finde ich persönlich dafür nicht ganz so cool. Es gibt, also zumindest immer, wenn ich irgendwo hinwollte, gab es da nie einen direkten Weg hin. Man musste immer total kompliziert dahin und es ist andauernd irgendwas im Weg und das ist ein bisschen komisch. Also die gefällt mir nicht ganz so. Ich blicke da auch noch nicht so ganz durch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die bisher erst einen Abend lang gespielt habe. Was aber cool ist, und das hat Arnet, glaube ich, auch diesmal das allererste Mal gemacht, dass auf einer Living Story Karte, die ja zum POF, also Path of Fire Release gehört, dass dort Elemente aus Heart of Thorns drin vorkommen. Also auf dieser Map jetzt beispielsweise gibt es Aufwinde. Und Aufwinde, dafür braucht man ja, um die nutzen zu können, braucht man ja Heart of Thorns und gleiten. Und bisher hatte Arnet immer extra diese beiden Add-ons wirklich strikt getrennt, dass man im Prinzip alles nutzen kann, was zum jeweiligen Add-on gehört, selbst wenn man das andere Add-on nicht hat. Jetzt auf dieser Map gibt es, wie gesagt, auf einer POF-Map gibt es jetzt Auffinder aus HOT. Die sind nicht nötig, damit man die Map spielen kann. Man braucht die nicht, aber die sind halt so ein bisschen Quality of Life-mäßig drin. Das ist ganz cool. Auch so ein paar Masteries aus den alten Living-Stories-Staffeln sind auch drin. Beispielsweise, wer sich noch an Draconis Monds erinnern kann, da gab es diese Eichen-Lianen, womit man sich rumschleudern konnte. Die gibt es jetzt hier auf dieser Map zum Beispiel auch. Das ist ganz cool. Sonst gefällt mir die Map aber nicht so gut, muss ich sagen. Naja, was haben wir sonst noch Neues? Eine neue Legendary, das neue Großschwert, also ein legendäres Großschwert namens Exordium. Mal gucken, ob ich hier auch ein paar Bilder zu finden, zumindest in der Vorschau. Sieht ganz cool aus, hat vor allem auch außergewöhnliche Animationen. Auch je nachdem, welche Klasse man spielt, haben sie sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und damit sind jetzt auch die zweite Generation Legendary-Waffen komplett durch. Also jetzt hat jede einzelne Waffenklasse, jede einzelne Waffenart, hat jetzt auch ein zweites Legendary bekommen. Das ist jetzt also komplett fertig. Das wurde ja mit Heart of Thorns auch angefangen, dass neue Legendaries Generation 2 Legendaries hinzukamen. Die sind jetzt durch. Es fehlte nur noch das Großschwert, das jetzt da ist. Dann gibt es ein neues Mount. Die Himmelsschuppen, auch da will ich nicht zu viel von verraten, weil die kommen auch in der Story vor. Die muss man auch in der Story schon benutzen. Das kann man dann freischalten. Ist im Prinzip, ja, gefällt mir auch nicht so richtig. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht ganz durchgeblickt habe, wie man das wirklich benutzt, dieses Mount. Weil, ja, es ist ganz cool, aber, ja, es ist, ja, ich würde fast sagen, sowas wie ein Greif für Arme oder irgendwie sowas. Aber es ist auch nicht ganz so einfach ranzukommen. Man muss die Story komplett durchspielen, die aktuelle Episode. Und dann muss man eine Sammlung anfangen. Und auch die ist ein bisschen getimegated. Die dauert ein bisschen. Und dann kriegt man halt dieses neue Mount. Aber könnt ihr euch ja mal angucken. Auch das fand ich nicht ganz so mega cool diesmal. Naja, was haben wir sonst noch? Das war es eigentlich so an Content größtenteils. Sonst haben wir hier beispielsweise noch die Glyphe der Verstärkung wurde endlich aus der DPS-Golem-Arena entfernt. Deshalb, selbst wenn ihr da jetzt volle Buffs einstellt, ist es nicht mehr da. Und sonst war es das eigentlich auch schon. Sonst wurde nur noch die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft geupdatet. Es gibt jetzt beispielsweise einen unendlichen Teleport zum Freund. Damit könnt ihr euch natürlich nicht wie verrückt einfach so rum teleportieren. Da ist leider eine Stunde Cooldown drauf. Aber für 800 Gems im Prinzip auf einer Stunde Cooldown-Teleport zum Freund unendlich ist eigentlich ganz cool. Denn es gibt neue Schwarzlöwen-Ticket-Waffen für ein Ticket. Auch da gucke ich mal, ob ich euch was in den Hintergrund packen kann. Und passend zu diesen Waffen, also so vom Stil her. Wobei ich sagen muss, diese Waffen, ich weiß nicht, ob die wirklich komplett neu sind. Die sehen zum Teil so aus, als ob einfach alte Waffen genommen wurden. Die wurden dann ein bisschen zerstückelt, sodass es so zerbrochen aussieht. Und dann wurden einfach ein paar lila Kristalle dran gesetzt. Also manche Waffen sehen schon irgendwie bekannt aus, zum Beispiel wie die Wachsamen-Waffen oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt aber nicht genau, da kenne ich mich mit Fashion Wars nicht genug aus. Naja, und passend dazu gibt es auch in der Schwarzlöwen-Truhe beispielsweise auch ein neues Rückenteil, was ebenfalls in diesem gleichen Stil wie diese Waffen ist. Es gibt auch wieder den Hydro-Stab, den es da früher schon mal gab als Drop. Und es wurden auch 500 neue Gegenstände in die garantierten Garderoben-Freischaltungen gepackt. Das heißt, wer da beispielsweise schon alles freigeschaltet hatte und hat noch ein paar Garderoben-Freischaltungen, gibt ja einige Leute, wo das so ist, die können jetzt nochmal reingucken. Und das war es auch eigentlich. Trotzdem noch ein Hinweis. Wie eigentlich bei jedem Patch, ich wollte mir jetzt eigentlich angewöhnen, das immer extra zu sagen, weil es viele verbegessen, wenn euer Spiel einfach so crasht, sich einfach schließt oder ein Crash-Report kommt, dann deinstalliert einfach mal ArcDPS. Denn in den meisten Fällen, wenn ein Spiel crasht nach einem Patch, liegt es an ArcDPS. Löscht einfach nur die D3, den neuen Punkt DLL. Allerdings hat der Macher von ArcDPS auch schon wieder eine neue Version raus. Also guckt einfach mal, ob ihr euch einfach die neue Version runterladet und habt dann das Spiel wieder erfunden. So war es zumindest bei mir. Naja, das war es auch schon mit den Patch-Notes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht so viel und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao, Leute.